Willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir versuchen jetzt noch mal diesen Kampf hier in dieser Kettbasis gegen diesen super starken Überkett, wie auch immer er heißt. Kardinal heißt er. Da ist sie! Ich sehe sie! Sie wollen sie wegschlafen! Und das kann alles noch ein bisschen dauern. Halt mich hier durch, Moschei-Sepha! Wir werden sie befreien! Sie werden es nicht bekommen! Nein, sie werden sie nicht bekommen! Verschützt die Erwählte! Na dann, komm her! Versteck dich nicht hinter deiner Kugel, sondern komm einfach her! Sie sind nur ein mangelhaftes, unfisses Geschöpft! Also viel Zeit hat man ja auch nicht, um ihn anzugreifen. Der will nicht nachgeben! Nein, 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 nein! Oh Mann, diese unsichtbaren Penner! Oh, das sind so viele. Oh, das sind so viele. Oh, man, das ist echt fies. Kommt schon, Leute, schießt drauf. Ich werde nicht nachgeben. Niemand hier wird nachgeben. Heels, wo gibt's Heels? Und Money, wo gibt's Money? Vor allen Dingen Money, da gibt's Money. Money, Money, Money. Ah, hier, Fliesenschweine, Mann, von allen Seiten, ey, bah. Das ist so fies. Das sind so viele, ey. Das sind so viele, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Nein, Rilion, bitte! Nein! Ist er durch? Was die an Scheiden machen? So, die schießen auf den Kardinal, ich geh mal grad hier rüber und mach diesen Ed gerade platt hier. Ich versuche es zumindest. Na komm. Ich hasse unsichtbare Gegner. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, bitte. Ich habe es irgendwo hier zu tun. Ich habe es irgendwo hier zu tun. So, das war es schon. Habt ihr fein gemacht. Du Schwein. Okay. So, Muschis, Käfer. Was geht ab? Ich habe sie. Wir holen sie hier raus. Kein Gefangener der Cat ist je wieder zurückgekehrt. Ich bin neu hier. Diese Regel ist mir neu. Wie auch immer, uns bleibt keine Zeit. Wir müssen hier raus. Sofort. Ich bin nicht allein hier. Sie haben die gesamte Zelle entführt. Ihre Werte sind nicht gut. Ihr Immunsystem ist geschwächt. Es bleibt hier. Er lebt immer noch. Es ist für den Archon bestimmt. Sie kommt mit uns. Moment. Ich will wissen, warum der Archon... Arrogante Dummköpfe. Es ist ein Geschenk. Und Sie verweigern es ihm? Sie verwandeln sie in Monster, die ihr Volk bekämpfen. Diese Erwählten erlangen eine Größe, die ihr Verständnis übersteigt. Ich war einst ebenso erwärmlich wie Sie. Doch die DNA des Archons ist mit meiner verflochten. Seine Größe erhöht auch mich. So wie die Erwählten. So wie eines Tages auch Sie. Krats. Komm, die Arschloch. Toll. Nur leider kann man Größe nicht erschaffen. Pathfinder, ich registriere mehrere Cat-Coins im Anflug. Sie alle erwartet der Aufstieg. Sam, hat dieses Horrorszenario auch einen Ausschalter? Ich kann das EM-Feld auf Ihren Befehl hin überladen. Sie hatten versprochen, unsere Leute zu befreien. Uns fehlt die Zeit, hunderte Kapseln zu öffnen und den Angara zu helfen. Hören Sie. Lassen Sie den Tempel unversehrt und ich werde die Kapseln der Erwählten öffnen. Nehmen Sie sie mit. Nur verschonen Sie diesen heiligen Ort. Nein. Er muss zerstört werden. Selbst wenn ich hier sterbe. Wir zerstören ihn ein andermal. Jetzt müssen wir die Leute retten. Wenn Ihr Plan scheitert, werden die Cat einfach weitermachen. Bei allem Respekt. Unsere Leute sind hier. Unsere Kämpfer. Unsere Wissenschaftler. Unsere Stärke. Ich hasse solche Entscheidungen. Ey, Mann. Das ist so kacke. Egal was du machst, du kannst es nur falsch machen. Das ist einfach Fakt. Das ist genau wie mit dieser KI. Du kannst es eigentlich nur falsch machen. Na schön. Lassen Sie die Angara frei. Notfallabriegelung einleiten. Lasst die Erwählten frei. Jor, der Widerstand soll so viele wie möglich rausholen, bevor die Cat eintreffen. In Ordnung. Und danke. Auch ich danke Ihnen. Wie ich sehe, erkennen Sie langsam, welches Geschenk die Catgans Andromeda machen. Verschwinden Sie, bevor ich's mir anders überlege. Sie stehen zu Ihrem Wort. Ja. Das ist eines der Dinge, die unsere Größe ausmachen. Nur leider könnte es mein Volk teuer zu stehen kommen. Wir haben die Moschei. Es wird Zeit zu verschwinden. Sie werden uns nicht ohne Kampf gehen lassen. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier ausgehen wird. Ich werde Ihnen helfen. Gut für uns, schlecht für die Bösen. Kommen Sie! Stellen Sie sich zu mir! Nein Moschei! Schonen Sie Ihre Kräfte! Diese Entscheidung treffe ich! Boah, stirb dicker! Für eine Plattform, da! In Ordnung, gute Idee, bessere Position! wir haben die mauscheid schaffen sie unsere leute raus so viele wie möglich bevor verstärkung eintrifft aber wir sollten diesen ort zerstören solange wir hier sind speichern kann ich nicht jetzt kommen die ganz dicken sich heraus dann sehen wir weiter komm schon nein 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 ich bin schon wieder dort das wird böse enden für uns boah da ist noch zwei stück von denen seriously alter wie soll ich das denn machen so jungen 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 schaft sie sind widerstandsteam ich höre sie alles läuft gut bringt sie ihr team aus bevor die kette ein problem wir schaffen das Boah, was für ein episches Geboller. Der Streit tut mir leid. Was wir gesehen haben, war ein Schock. Ja, mein gebrochenes Herz wird niemals darüber hinwegkommen. Entschuldigen Sie uns, Lexi? Natürlich, aber überfordern Sie sie nicht. Sie ist noch immer ein wenig labil. Hat sie gerade gesagt, ich sei senil? Labil. Jol sagt, sie wären ein Pathfinder aus der Milchstraße. Können wir uns unterhalten? Ach, jetzt interessiert es Sie also, was ich zu sagen habe. Ja, Mann. Ich habe getan, was ich für richtig hielt, und ich stehe dazu. Dann verstehen Sie auch, wenn für mich die Zeit gekommen ist, das zu tun, was ich für richtig halte. Also diese Einrichtung, welchem Zweck dient das alles? Sie nennen es den Aufstieg, und Sie betrachten es als ein großes Geschenk für diejenigen, an denen Sie ihn durchführen. Als Geschenk? Sie entführen uns. Sie verdarben und zerstören uns. Oder diejenigen, die wir lieben. Ich... ich kann nicht... Es ist ein komplexes genetisches Konstrukt, ein Austausch von Merkmalen, mit dessen Hilfe die Kett ihre Spezies weiterentwickeln. Sie stehlen also Gene. Aber warum? Reproduktion. Dominanz. Tyrannei. Auslöschung. Ja, und doch brachte mich der Archon nicht auf sein Schiff, um mich zu verwandeln. Ich wurde gefoltert, bekam keinen Schlaf und wurde immer wieder zu ihm gebracht. Er zeigte mir Reliktec und schlug mich, wenn ich nichts sagte. Oh nein. Relikte. Natürlich. Er ist besessen. Wie Sie. Ja, Jorl hat es mir erzählt. Sie wollen in Aryas Gewölbe. Das ist richtig. Meine Leute sind so weit gereist. Ohne ein neues Zuhause werden wir sterben. Und diese Reliktgewölbe könnten der Schlüssel sein. Ein Schlüssel, der uns allen weiterhelfen könnte. Ich habe Mitgefühl mit anderen. Im Gegensatz zu ihnen. Hä? Ich habe die Leute alle gerettet. Die Menschen in der Wissenschaft nie im Weg stehen. Ich bringe sie hin. Danke. Ja. Danke, Moschei Sefer. Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworte ich sie Ihnen gerne, Pathfinder. Danke. Cool von dir. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Okay. Wunderbar. So, wo bin ich denn hier? Ein Körper Tempest? Glauben. Gibt es über diese Anlage auf Volt viel zu sagen? Ja. Pathfinder. Hey. Können Sie mir für ein Projekt Ihren Segen geben? Ich werde mit Jorl daran arbeiten. Nennen Sie es Diplomatie, wenn Sie es einem Budget zuweisen müssen. Geben Sie für das Projekt grünes Licht und alles ist gut. Ich bin an ihn interessiert. Okay. Was für ein Projekt? Warum kann ich nichts über das Projekt erfahren? Was halten Sie von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten? Der Trupp und die Crew, die sind alle okay. Sie müssen doch eine Meinung haben. Ihre Meinung ist viel wichtiger. Was halten Sie von Ihren Leuten? Sie sind alle gut ausgebildet. Aber dieser Job ist völlig neu. Tag für Tag. Darauf baut die Nexus vermutlich. Dass die Verbindung unserer Fähigkeiten zum Erfolg führt. Es liegt jetzt an uns, den richtigen Weg zu finden. Deshalb ist das hier unser Schiff. Und deshalb wollen wir es hinkriegen. Okay. Reden wir später weiter. Alles klar. Ich werde nicht mit dir flirten. So, Pibi. Anmerkung zur letzten Feuerübung. Liebens neuer Evakuierungsplan hat unsere bisherige Bestzeit um 22 Sekunden unterboten. Äh, Drag. Wir brauchen eine Lösung für Sie und Leitern? Was? Pibi. Sie sind tot, weil Sie zwei Minuten zu spät am Evakuierungspunkt waren. Cora. Kommentare. Ich wohne in einer Rettungsköpsel. Hm. Das ist richtig. Okay, okay, okay. Crew-Info-Board. Ich habe vorher auch noch nicht gesehen. Was zum Teufel bin ich denn hier? Also, hier ist mein... mein Hauptquartier. Quasi. So, Nachricht von Volt. Cat-Informationen. Seien Sie gegrüßt, Pathfinder. Ich heiße Raylis. Ich gehöre dem angaranischen Widerstand an. Einige unserer Speer sind mit faszinierender Information zu den Cat zurückgekehrt, die Sie sicher interessieren werden. Ich erwarte Sie auf Volt. Bitte kommen Sie bald. Ich will nicht schon wieder nach Volt. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. So, Stress-Tests von Kallo. Von Gil. Gil hat mir ein Gedicht geschrieben. Okay. Wegen Liams Filmabend. Von Suvi. Ich habe gehört, was Liam vorhat. Die Idee ist toll, auch wenn im Moment alles drunter und drüber geht. Ich wäre gerne dabei. Hilflich. Besuchen Sie mich doch mal. Endlich kann ich mit Suvi mal ein bisschen mehr quatschen. Ach, das hier ist eine Quest oder was? Okay. So, alles klar. Dann gehe ich erstmal wieder Pibi suchen. Und dann können wir zurück nach Aja. Da wollte ich ja eh nochmal hin. Das war ja so ein ganz kurzes Gastspiel nur. Im Biolabor. Selbstverständlich. So, Pibi hier? Nein. Ich will mal gerade gucken. Ich komme da drauf zurück. So, also eine Kryo-Kapsel. Dann machen wir das jetzt erst. Ich wollte eigentlich nach dem... Ach doch, hier ist es ja. Belohnungen. Belohnungen. Das wollte ich, genau. Okay. Was haben wir denn hier? Munition. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, ne? Na, guck mal. Okay. Das soll doch nicht etwa heißen, dass wir uns einig sind. Ich hab's mir anders überlegt. Es besteht nicht die geringste Ähnlichkeit. So, dann wollte ich hier mal gerade hin die Nachbesprechung machen. Mission erfolgreich. Sehr schön. So, dann können wir nämlich die nächste schon wieder losschicken. 25% Erfolgschance. Alles klar. 78. 78 ist okay. So, und dann gehe ich erstmal mit Pibi reden. Hallo. Hallo. Ryder, dieser Aufstieg. Ich hätte nie damit gerechnet, dass wir gegen Angara kämpfen würden. Sie sind keine Angara mehr. Die Cat verwandeln sie in etwas anderes. Und das ist das eigentlich Schreckliche. Lobby. Was auch immer der Archon vorhat, wir müssen ihn aufhalten. Je mehr wir herausfinden, desto klarer wird mir, wie viel größer als ich das alles ist. Das macht einen demütig. So, und während wir hier dieses ernste Gespräch führen, wird natürlich erstmal wieder geflirtet. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Den Spruch kennen wir doch schon. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig. Und es entspannt mich. Lass dir doch mal einen neuen Spruch einfallen. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Es ist so ein typischer Satz, wenn man mit einer flirtet, dass man dann im Anschluss sagt, danke für das Gespräch. Ach, hier, Biolaborat. Das war, glaube ich, hier? Jawohl. Sie unterwerfen und versklaven andere nicht einfach nur. Die Kett nehmen einem alles, was man isst, und nutzen es zu ihrem Vorteil. Sie sind der schlimmste Feind, den man sich vorstellen kann. Ein Feind, der einen dazu bringt, gegen seine eigenen Leute zu kämpfen. Und dieses Wissen verfolgt Jarl jeden Tag. Jetzt, da wir die Wahrheit kennen. Freunde, Nachbarn, sie alle wurden verwandelt. Und sie sind loyal gegenüber dem, was sie verwandelt hat. Das alles geht ihnen ziemlich nahe. Kandros will wissen, welche Strategie wir gegen die Kett verfolgen wollen. Ich habe mit Drag gesprochen. Wir könnten unsere Guerillataktik ausweiten, militärische Berater der Angara hinzuziehen, den Aufstieg weiter erforschen. Aber ich weiß einfach nicht, was das Richtige ist. Ich wünschte, ihr Vater könnte mir einen Rat geben. So, mit Korra kann ich natürlich auch noch flirten. Wir schaffen das schon. Wir stehen Seite an Seite, Schulter an Schulter. Oder wie auch immer sie möchten. Sie lassen sich nie entmutigen, oder? Sie rappeln sich immer wieder auf. Und lächeln dabei. Als wüssten sie, dass ich genau das brauche. Es macht Spaß, die aufzuziehen. Ja, sie sind mir wichtig, will ich jetzt nicht sagen. Wir sind ein gutes Team. Sie sorgen dafür, dass ich am Boden und konzentriert bleibe. Und genau das brauche ich. Wir passen einfach gut zusammen. Wir beide gegen Helios? Ich denke, unsere Chancen stehen gut. Wieso kann nicht alles so unkompliziert sein? Nizira, ihr Vater. Sie hatten immer einen Plan, an den ich mich halten konnte. Ohne klare Strategie kann es viel zu leicht passieren, dass jemand zu Schaden kommt. So wie jetzt. Sämtliche Pläne der Initiative sind gescheitert. Und deshalb sterben Leute. Wir stehen vor Herausforderungen, auf die wir uns niemals hätten vorbereiten können. Aber wir können uns zumindest auf den Kampf gegen die Kett vorbereiten. Sarissa wird wissen, was zu tun ist. Wir müssen sie und die anderen Asari nur finden. Es wird gut tun, wieder Gewissheit zu haben. Okay. So, jetzt wollte ich noch mit Suvi sprechen. Das machen wir gerade noch. Beruhigen Sie sich, Callow. Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein. Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Callow. Callow ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von Eos erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenpostenbrot Ohmoss wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin? Gar nicht mehr. Wir könnten uns jederzeit auf den Weg machen, aber wir haben noch andere Prioritäten. Warum? Na ja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und Sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir können dort noch mehr entdecken? Ja, aber die Cat-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Das wäre fast wie ein Urlaub. Ja, fast. Okay, vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind der Boss. Geben Sie einfach Bescheid. Da war ich doch auch gerade erst. Ich möchte mal neue Planeten erkunden, nicht immer auf die beiden, die ich schon kenne. Nichts scharfes? Dann bin ich hier falsch. Stimmt was nicht? Haben Sie sich verletzt? Ach was, alles in Ordnung. Ich hatte nur eine Entzündung der Mundschleimhaut. Sie war ziemlich unangenehm, aber letztendlich vollkommen ungefährlich. Too much information. Was? Sagt Ihnen der Begriff Lecktest etwas? Früher, bevor es tragbares Scanner gab, haben Wissenschaftler auf der Erde diesen Test bei der Feldforschung eingesetzt. Sie konnten dadurch Gestein von Fossilien unterscheiden und sich einen grundsätzlichen Eindruck von ihrer Mineralzusammensetzung erschaffen. Sie haben ihr etwas geleckt. Sie haben einen Stein abgeleckt, oder? Ich war abgelenkt und hatte vergessen, dass es ein Stein aus Helios war. Ich mache sowas vollkommen unbewusst. Als ich noch klein war, bin ich oft mit meinem Vater auf Expeditionen gegangen. Der Lecktest war dabei ein wichtiger Bestandteil. Mein Vater hat mir den Spaß an der Wissenschaft vermittelt. Ihre Mutter war doch auch Wissenschaftlerin, nicht wahr? Sie hatte sich auf Biotikforschung spezialisiert. Angefangen hat sie aber als Ärztin. Ich habe all ihre Forschungsarbeiten gelesen. Und die ihres Vaters. KI und Implantate. Sie haben in so kurzer Zeit so unglaublich viel erreicht. Sam ist eine erstaunliche Schöpfung. Ich habe meine Eltern zu Hause zurückgelassen. Sie sagten mir, wie stolz sie auf mich sind. Und sind dann irgendwann gestorben, während ich geschlafen habe. Ich an ihrer Stelle wäre auch stolz auf sie gewesen. Sie sind im Namen der Wissenschaft hierher gekommen. Und dafür braucht man Mut. Klar, ein bisschen verrückt muss man auch sein. Aber vor allem mutig. Ich bin mir sicher, das wussten sie. Danke, Ryder. Das hat gut getan. Gern geschehen. Okay, Joki. So. Dann will ich diese ganze Schose an dieser Stelle auch beenden. Und im nächsten Teil schauen wir einfach mal, was wir machen. Ich möchte eigentlich nicht schon wieder nach Volt oder nach Eros. Sondern ich würde gerne irgendwas Neues machen. Wir könnten zum Beispiel die Hauptstory weiterverfolgen. Und nach Arya zurückkehren. Aber das schauen wir dann im nächsten Teil mal. Danke fürs Zuschauen. Und Adios. Auf recognizing uns. Aus arrival.